so wo muss ich denn hin ach so ja alles klar gehen wir doch mal zum shop kurz genau ich brauche noch ein bisschen munition alles klar ja ich kann mir gar nichts kaufen kann ich irgendwas verkaufen nach kommen ich denke das brauche ich alles eigentlich ja viel munition habe ich echt ich ja ich denke ich mit dem muss ich jetzt einfach lernen zu leben ach so das glas okay lass mich durch so beide down fast keine munition mehr und werde ich mal zu einer anderen waffe wechseln da habe ich sowieso keine munition oder ach nee okay ein halbes magazin beste voraussetzungen okay ja also ich denke als ich habe das letzte mal aufgehört zu spielen also das wurde offenbar nicht gespeichert dann hoffe ich hier ist jetzt munition 6 schuss naja immerhin was sehr geil ein ganzes magazin ja jetzt müssen wir das ding da töten kann ich das mitnehmen das war falsch ja das kann ich jetzt denke ich mal dahin schießen oder nein es ist caum habe ich es geschafft das sieht gut aus das ding ist echt mega komisch aber es ist kaputt okay und das ding ist auch da Sehr gut. Dann habe ich keine Munition verschwendet. Aber es hatte auch nichts für uns. So, nice. Acht Schuss habe ich da noch. Ja, das war es, denke ich. Dann muss ich da mal nach oben fahren. Ja, da bin ich ja letztes Mal verreckt, denke ich. Also gestorben. Okay. Ja, das habe ich jetzt ein bisschen umsonst verlangsam. So, jetzt aber. Oh, sehr gut. Da liegt einer, der ist aber down. Okay, nice. Hier kann ich mein Stay-Stingen aufladen. Perfekt. Okay, das war die falsche Taste. Perfekt, dann haben wir das auch geschafft. Du bist in der Nähe der Chemiestation. Sobald du die Chemikalien hast, brauchst du auch eine DNS-Probe des außerirdischen Gelebes. Ich werde die Auszeichnung mal diesbezüglich durchsehen. Okay, ich habe eigentlich überall noch ein bisschen was, aber nicht mehr zu viel. Dann speichern wir mal kurz. Das will ich nicht nochmal spielen. Yo, nice. Dann geht es hier weiter, oder? Jo, genau. Jetzt müssen wir da wieder nach draußen. Ach, nö, wir müssen da rüber. Ui. Was geht denn hier jetzt ab? Aha, okay. Ah, mit dem Aufzug. Nach unten. Wohin geht's denn? Wo fahren wir hin? Sag's mir doch. Betsy. Oder Nicky. Oder wer auch immer gerade mit mir reden will. Äh, ja. Hier rein. Mhm. Ah, okay. Ja, ich sehe schon, gegen wen ich jetzt kämpfen muss. Kurz ein bisschen looten. Ein bisschen Munition eventuell. Äh, da ist auch noch Loot. Ach, geil. Alles nachladen. Ja, ich habe 19 Schuss. Das wird nicht reichen. Ich nehme das Ding da. Der sieht ziemlich böse aus, der Kollege da. Huh, ein Knoten. Geil. Endlich wieder ein Knoten. Hallo. Okay, Boss. Die Kinder, die uns ersetzen werden. Unsere größte Schöpfung. Ja, bist du fertig? Ach, das war so klar, dass der jetzt rauskommt. Aua. Warte, ich lade kurz nach. Bitte sag mir, der kann sterben. Bitte. Ja, ich kann da nicht raus. Ich habe keine Munition mehr. Nein, du kannst es nicht töten, Isaac. Es regeneriert sich immer wieder. Was schwindet er los? Los, schau! Alter. Okay, meine Munition verballern hat überhaupt keinen Sinn. Ja, danke. Ich bin tot. Ich habe es schon verstanden. Okay. Lass mich doch bitte einfach noise-boarden. Ja, gut. Also, das Ding tötet uns. Egal, was wir tun. Deswegen muss ich jetzt kurz das da alles zusammen suchen. Ein äpteleptischer Anfall. Ja, wo muss ich denn hin überhaupt? Ja, ich soll da wieder raus. Ja, ja, ich bin schon am Weg. Schätzchen. Ja, ja, ich bin schon am Weg. Schätzchen. Ist da jemand? Wiederhole, Isaac, komm. Kendra, ist da jemand? Hammond, wo zum Henker-Bahn-Stellen? Ich habe die Hydro-Station erreicht. Sieht übel aus hier unten. Ich bin fast tot übrigens. Also, ich sollte mal irgendwo einen Medipack einwerfen. Probe der Wucherung finden. Nach den Laborberichten wird eine inner... Ups. ...probe auf der Intensivstation gelagert. Ein Dr. Weiser hat auf einer anderen experimentiert. Ich versuche die ganze Zeit schon Hammond anzufunken. Bekomme aber nur Bauschen. Isaac, du musst dich beeilen. Okay. Also, wir haben jetzt irgendeinen Boss da gerade kennengelernt. Es ist der Typ da schon wieder hier. Danke. Ja. Und der geht jetzt einfach. Okay. Der hat auch so eine Lebensansäge auf dem Rücken. Jo, ich muss da hin. Okay. Was geht hier so? Gar nichts mehr. Aha. Okay. Da hinten leuchtet was. Da gehe ich natürlich mal hin. Ja. Munition. Ich soll da lang. Jo. Was macht ihr da so, Leute? Hallo. Ja, ja. Lass mich nachladen bitte. Ah. Hilfe. Langsam wird es anstrengend hier. Okay. Munition ist leer. Ah. Ach come on alter. Gib mir irgendeine andere Waffe. Die da. Ah. Ah. Ich brauche Munition. Schnell. Land nach. Habe ich nachgeladen. Habe ich nachgeladen? Wenigstens liegt überall Moni. alter. Alter. Ja, ja. Du hast leicht reden, alter. So, da lag noch ein bisschen was. Jetzt gehe ich da rein. Jo. Ich muss hier lang. Okay. Nice. Folgt mich noch jemand? Nö. Okay. Dann haue ich mir mal kurz ein... Ah. Falsche Taste. Hier. Ein kleines Medipack oder mittleres Medipack rein. So. Hier muss ich gerade aus. Okay. Ach. Nicht schon wieder so ein Ding. Ach. Come on. Ja. Wir haben gelernt. Wir können das hier nehmen. Dahin. Dann zielen. Und dann... Feuern. Und das Ding müsste jetzt down sein eigentlich. Und das ist auch tot. Nö. Es ist noch nicht tot. Kannst du bitte sterben? Hallo? Stirb. Okay. Sehr gut. Das Ding ist jetzt wieder down. Hat nichts fallen gelassen. Okay. Wir müssen hier rein. Hier liegt aber noch was. Irgendein Ding. Egal. Hier liegt auch noch was. Mega geil. Hallo? Was ist los mit dir? Rede mit mir. Hallo? 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 Okay. Eine gescheiterte Existenz. Tschüss. Hehe. Okay. Ja gut. Äh. Ja. Hier rein. Okay. Hier erwartet uns... Ach come on. Hier erwartet uns schon das nächste. Denk ich. Oder nicht. Nö. Okay. müssen da lang blinkt hier irgendwo was auch nicht okay dann kann ich ja mal speichern sehr gut das war's mit der folge danke fürs zusehen lasst mir ein abo da und sieht beim nächsten mal wieder vorbei bis dann ja